ja und damit ein herzlich willkommen zu no man sky liebe freunde schön dass sie wieder einschaltet wir haben hier dieser ort entdeckt und das werden wir jetzt uns genauer ansehen überbrückungschiff brauchen wir hier ok gehen wir mal hier hin können wir da rein ok kein kohlenstoff und nichts bekommen sehr schön war ich hier ich glaube hier war ich guck mal das könnte auch machen kaphorst flach land machen wir mal flach land wüste machen wir mal so ein öde ok so haben wir hier fehlt noch tiefland likod machen wir mal keine ahnung juhi so wo ist unser raumschiff soll mir mal da reingehen ich geh mal da rein in das höhle vielleicht finden wir da was ach du Gott nee was haben wir hier oben oh analyse witz soit kann ich kann ich die scannen oder habe ich sie schon so ich würde mal sagen wir verlassen das land das land sage ich schon das planet so wie fliegen wir hier kurz mal noch vielleicht entdecken wir ja irgendetwas was war das denn gibt es überhaupt wassermonster irgendwie müssen wir ja auch mal irgendwann gucken aber nicht auf dieser planet was war das denn was ist das so und wir verlassen das planet was haben wir denn hier okay okay ja wir müssen auf jeden fall sachen verkaufen oh aluminium nehme ich mit hallo oh 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 aber diese planet entdeckt nein minu nianine was ich auf jeden fall machen werde ich werde diese dinge hier angreifen wenn es geht wo sieht das krass aus kann man da überhaupt landen oder sind die schütze was steht hier verteidigungs geschützt oh das kann man sich schön aber ich habe keinen platz moment mal mh die scheiße kann eigentlich auch weg so weiß was ich greife an alter aber erst mal die geschütze hier okay ich muss näher oh shit alter oh 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 ich bin fast tot alter ich werde abgeschossen oh krass oh krass so was bekomm ich überhaupt da so was bekomm ich überhaupt da so was bekomm ich bin fast tot alter schwede ich muss hier schnell weg wo sind die scheiß flugzeuge okay das war keine gute idee würde ich mal sagen alter wo sind die alter wo sind die alter wo sind die Oh shit, Alter. Oh, ich hab nix, Alter. Ich bin tot. What the fuck? Oh ne, alles weg. Ich glaub, man kann die Sachen wieder zurücknehmen. Oh, verdammt. Wo war das jetzt? Hm, verdammt, Alter. Ich glaub, war auf der anderen Seite. Ich bin mir nicht sicher. Ach, da. Sehr gut. Grab. Wie, nichts gefunden. Na doch. So, jetzt haben wir alles wieder. Puh. Raumstation. Okay, da gehen wir jetzt hin. Okay. 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 Na los. Ein bisschen schneller hier. So, jetzt können wir unser ganzes Kramplier verkaufen. Hm, hm, hm. So. Gehen wir mal hier oben. Was haben wir hier? Okay. Was sagt der Kollege? Techniker. Ich erschrecke die elektronische Lebenswahrer bei ihrer Arbeit. Sie berührt mich höflich doch beim Anblick meines Blitzwein. Hm, hm, hm. Okay. In Ruhe das nachdrücklich auf friedliche Absichten inweisen. Was? Dreckiges Arsch. So, verkaufen. das können wir auch verkaufen das auch auch trophy fundament weg mit euch boah wie viel habe ich jetzt 300.000 unis so was hat überhaupt zu bieten hier die sommer was waffe geben sprach waffe alter dynamische resonator das könnte gebrochen was das grantine atlas stein wart wie viel für 2,8 millionen ihr spinnt doch magmox moment mal für die hier wo scheiße mhm mhm so ich würde mal sagen wir haben jetzt genügend platz kohlenstoff ok ach das könnte auch verkaufen eridium weg mit der schweiß nicht ob wir die bohren minus 1,0 lassen wir erst mal vielleicht können wir das später verkaufen für bessere preis ach kohlenstoff reise meilenstein erreicht 150.000 units verdient da kommen wir davon haben auch tür da können wir auch mal rein oder auch nicht ich frage mich woher ich diese atlas pass kriege so welche planet haben wir nicht entdeckt aha da gehen wir jetzt hin minu nianine was impulsantrieb funktioniert nicht jetzt so in eine minute und 30 sekunden ungefähr sind wir da da bin ich mal gespannt wie dieser planet überhaupt aussieht ich frage mich wie schnell wir jetzt fliegen alter da steht 9999 u so noch eine minute so noch eine minute das so so 35 sekunde noch dann sind wir da ich So. alter was für ein planet ist das voll schwarz warte mal ich brauche hier wie heißt das tamium ja genau oh was haben wir hier das ist bestimmt kupfer oder eisen ah nickel sehr geil also damit wir ein neues Raumschiff kaufen müssen wir richtig gut Farm und Sachen verkaufen das steht schon mal fest wir brauchen auf jeden Fall gute Raumschiffe damit wir auch mehr Platz haben guck mal da oben haben wir auch eine was ist das Aluminium sehr gut das können wir für guter Preis verkaufen das ist schon mal gut so nehmen wir erstmal alles mit was wir mitschleppen können guck mal da innen sieht so pinke aus komm die hier nehmen wir auch noch das war's dann komm die hier nehmen wir auch noch das war's dann dann landen wir auch zu dieser planet eisen ok eisen bekommt man ja überall machen wir mal so grob alles kaputt so tschüss mit dir war das dieser planet ja alter was ist das denn für eine planet richtig so schwarz braun na da bin ich mal gespannt wo alter was ist das denn für eine planet ja da vorne haben wir Fragezeichen ok radioaktiver planet ach du scheiße das ist gar nicht gut erst mal hier scannen wo habe ich schon gescannt hier geht sieht das eklig aus so erst mal scannen hier kein schwupp dass er jetzt wohnt wo ist das was brauchen wir dafür hier radio ok hier irgendwo war doch hier radio da vorne die aktive 6,5 welche gegammelt planet es hat hier gibt es auch bestimmt kein lebewesen so wir machen erstmal das ding hier kaputt warte mal ich kann doch das ding jetzt bauen hier jawohl warte mal das können wir auch machen technologie installiert strahlausschuss so oh guck mal was haben wir hier irgendwelche pilze was ist das denn überhaupt ist das kupfer müssen wir mal gucken krass was das denn und verriert ekelhaft ich mag dieser planet überhaupt nicht ich will ja weg so ich gehe mal da vorne zu dieser große stein da ich will sehen was das ist oh hey geil hier sind tiere bleib stehen boah wie sehen die denn aus richtig eklig komm her kann man nicht füttern komm her komm du ekeliges ding bye richtig eklig hier jaz mutig oh was das der greift uns an tja so lieber freund ich würde mal sagen wir machen mit dieser folge hier schluss und in der nächste folge sehen wir weiter wie es weiter geht oh mein gott was das ist das silber oder irgendwas anderes na das sehen wir in der nächsten folge schön dass ihr da wart und bis zum nächsten mal deutsch pilots los number Untertitelung des ZDF, 2020